So Freunde, was geht? Battlefield 1, der Plan ist, ich weiß nicht, ob die Idee absolut beschissen ist oder absolut traumhaft, aber ich gehe mal eher davon aus, dass es in Richtung beschissen geht, weil mein Plan ist auch nicht ganz durchdacht. Ich habe mir vorhin so Battlefield News durchgelesen, da habe ich gesehen, es gibt keine News, aber ich habe gesehen, von wegen, heute ist irgendwie eine neue Battlepack-Version rausgekommen und das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich doch einfach mal ein Battlepack aufmache und das, was ich daraus ziehe, spiele ich dann. Also nicht den Skin, sondern die Waffe für den Skin. So einfach so ein bisschen zufallsmäßig, aber das Problem ist, hier sind halt auch ganz viele Pistolen drin und irgendwelche Fahrzeugskins und so weiter, aber ich probiere das jetzt einfach mal und hoffe, dass irgendwas rauskommt. Aufmachen, mal gucken. Ich bin gespannt, vielleicht, oh was blaues, ich hoffe jetzt kein Fahrzeugskin. Oh, die RSC, den habe ich sogar noch gar nicht, den kann ich auch gleich benutzen. Okay, es hat geklappt. Ich habe jetzt befürchtet, dass ich jetzt hier irgendwie so P08-Skin ziehe und dann P08-Only spiele, aber es hat geklappt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann nochmal machen werde, aber ich dachte mir, das ist doch vielleicht eine lustige Idee, um die Waffe für das heutige Video auszulosen. Okay, RSC. Nehme ich die Visier oder die normale? Ich glaube, ich nehme die Visier. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt schon wieder eine Live-Runde rausgebüllert wird, aber momentan gibt es halt einfach nichts. Oh, da kommen sie. Sehen nicht ganz. Da oben ist auch irgendwo noch einer. Okay, weiß ich, was ich sagen wollte. Hä, ich habe zwei geholt? Wo habe ich denn den anderen geholt, WDF? Okay, den habe ich jetzt gar nicht gerafft. Auf jeden Fall, jetzt kommen ja in ein paar Tagen, kommt ja in ein paar Tagen der erste Part vom Turning Tides DLC raus, dann damit auch der Dezember-Patch und dann ist wieder einiges los. Dann ist definitiv wieder einiges los und dann kommt ja auch der zweite Part von Turning Tides relativ bald. Und dann geht es wieder ab. Mal gerade, ist nun mal... Oh, ich sehe nichts wegen dem Wiederbelebungssymbol. Hä, mache ich... Two-Hit-Ich die Gegner damit? Ja, ne? Oder? Eins, zwei... Oh, ich... Oh, nice! Eins, oh... Oh, geil, Leute! Hä, war das schon immer so? Mit der RSC? Flieg! Oh! Geh die durch! Eins, zwei! Oh, geil, Alter! Komm, jetzt machen wir ein paar geile Artillerie-Kills ready hier! Ja, rib ihr Windmühlen-Camper! Weg mit euch! Das geschieht euch so recht. Hä, übelgut, die RSC! Man muss halt treffen. Aber das muss man, klar, muss man mit jeder Waffe... Oh, lol. Das war... Lebt der noch? Oh, ich habe schon wieder die Taube. Okay, ich muss... Ich darf aber auch den Autoreverber benutzen, Leute. Vor allem... Wenn ich hier mit der Taube unterwegs bin. Oh, du Arschloch! Cheatersere... Warum quitten die denn alle raus, Leute? Ich bin im Hype. RSC... Ja! Das war ja eine tolle Runde. Komplettes Gegner-Team ist raus. Boah, eigentlich müsste ich hochklettern mit der RSC, ne? Oder ich baller da einfach rein. Einfach komplett... Nicht aggressiv gehen und hier einfach den Gang abschimmeln. Das klappt, glaube ich, auch ganz gut. Aber jetzt kommen sie hier. Hier unten auch. Oh, man muss auch treffen. Immer so gefährlich, wenn man da einen Schuss... Der läuft hier unten. Oh, er hat durchgedrückt, WDF. Ich wollte gerade kommen. Boah. Damit kann man auch richtig gut abstauben, Leute, mit der Waffe. Oh, da ist einer. Und... Oh, hier unten ist auch noch einer. Jetzt hat mir den einer abgestaubt, jetzt, wo ich es gesagt habe. Oh, da sind alle tot. Boah. Im Nahkampf. Oh. Ich glaube, da kommt was. Fucking Kletter-Animation. Oh, was mache ich jetzt? Einfach rein da. Oh, ich muss echt... Ich muss echt defensiv bleiben. Loll. Ich will mir den angucken. Hä? Was war mit ihm? Die Runde hatte Potenzial, Leute. Das hatte sie definitiv. Aber hier geht noch einiges. Nee, die sind hier unten. Die sind hier unten alle. Nein. Oh. Festung von vor, Leute. Oh. Nee, das ist nicht euer Ernst. Oh, ich habe keine Mund mehr. Ein Schussbraucher. Ah, das ist eine Leiche. Nein. Oh, ich wäre jetzt richtig tilt. Hier unten kommt einer. Oh, da ist aber nicht nur einer. Er wollte nicht getroffen werden. Pass auf, Mädchen. Hier ist eine Stolperdrahtbombe. Ich sage es nur. Okay, ich... Aua. Nein, 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 nein. Oh, perfekt. Boah, dafür ist die SC halt richtig schön. So schön auf Distanz die Leute wegsnacken. Schön mit zwei Schüssen. Vor allem, wenn sie alle mit ihren Automatikos unterwegs sind. Oder mit einem Sniper. Boah, das... Das ist okay. Ich gebe zu, das war knapp, Leute. Holy shit. Da war die Automatiko. Schon wieder eine 5 Minuten... Oh. Oh, das war knapp. Schon wieder nur eine 5 Minuten Runde. Ich bin eben extra rausgequittet, weil die Runden alle so kurz waren. Ich darf da eigentlich nicht rein. Aber Leute, ich will da rein. Die Waffe ist gar nichts für mich. Ich gehe immer rein. Aber man darf mit der Waffe nicht reingehen. Man darf es einfach nicht. Hi. Aber ich kann... es mir nicht abgewöhnen. Auch wenn ich mit so einer Waffe spiele, die im Nahkampf absolut useless ist. Ich gehe trotzdem rein. Was macht denn er hier? Was macht er da? Was macht er da? Ich brauche einen Versorger. Oh. Perfekt. Das ist doch mal ein gutes Timing hier. Lass ich den hier geholt. Oh. Oh mein Gott. Der sitzt da einfach im Busch. Hier ist auch direkt noch einer. Rüber hier. Der Sechs-Schuss-Traum. Sechs Schüsse. Drei Kills. Oh. Okay. Oh, da sind sie. Oh, jetzt legt er sich hin oder wie? Erstmal der. Na komm. Und man kann ihn treffen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Oh, da ist auch noch einer. Müssen wir aufpassen. Ah. Natürlich zündet die mich an. Mehr auf meinen Füßen ging es dann auch nicht, ne? Boah, die Waffe ist schon geil, wenn man so wirklich... Na komm. Okay. Na komm. Das ist er nicht. Wo ist der Sniper? Ach, fuck. Level 11. Die Runde ist vorbei. Aber, naja. Oh. Danke, Mate. Den hole ich mir noch. Da charge ich rein. Da charge ich so rein mit Hass, Alter. Da war er. Ich hatte noch... Ach, wie er da steht. Ja, Leute. Ich würde sagen, das waren jetzt... Ich kann absolut nicht einschätzen, wie lang das Video wird, weil ich habe jetzt gefühlt fünf Runden gespielt, die alle eine Minute gingen. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann ballert auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ein Like raus. Ich danke euch für den heftigen Support. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss.